Servus allesamt, heute zeige ich euch 10 Features, Funktionen in Windows 10, die einem so beim Alltag ein bisschen helfen und die man kennen sollte. Viel Spaß damit! Erstes Feature ist die Bildschirmlupe, die wir uns anschauen. Gerade für Menschen, die vielleicht nicht mehr ganz so gut sehen können, sind die immer größer werdenden Auflösungen eher graus als Freude. Die Bildschirmlupe starten wir mit der Windows-Taste Plus. Daraufhin haben wir hier dieses kleine, schöne Menü. Und wenn wir weiterhin Windows-Taste Plus oder Minus machen, können wir raus und rein zoomen. Standardansicht ist Vollbildzoom. Wir können allerdings auch noch wechseln auf Lupe. Daraufhin wird ein Teil des Bildschirms nur gesoomt, welcher sich um den Mauszeiger herum ausrichtet. Auch hier mit Windows-Taste Plus und Minus zoombar. Gibt natürlich auch noch den angedockten Modus. Daraufhin ist ein Teil des Monitors am oberen Rand quasi für uns die Lupe, wo wir mit dem Cursor hingehen. Ganz tolle Sache, wenn man nicht mehr ganz so gut mit den Augen unterwegs ist. Einstellen kann man das auch noch ein wenig. Zum Beispiel, in welchem Zoom-Intervall man raus und ran zoomen. Standard ist 100%, ich persönlich finde 50% schöner. Man kann es einstellen, dass es direkt nach der Anmeldung des gerade jetzt angemeldeten Benutzers startet oder für alle Benutzer. Wenn ihr eurem Opa oder eurer Oma was Gutes tun möchtet, wenn die sich so ein bisschen schwer tut mit der Bedienung, ist das vielleicht ein ganz tolles Feature. Zwischen den einzelnen Lupen-Modi können wir auch noch mit den Tastenkombinationen STRG-ALT-D, STRG-ALT-F und STRG-ALT-L hin und her schalten. Wenn wir STRG-ALT gedrückt halten und das Mausrad bedienen, können wir ebenfalls den Zoom-Faktor, wie ihr jetzt gerade seht, ändern. Um die Bildschirmlupe wieder zu beenden, können wir die Windows-Taste ESC drücken. Daraufhin schließt diese sich. Die Handynutzer unter uns kennen sie und lieben sie Emojis. Emojis sind aus dem heutigen Alltag sehr, sehr schwer wegzudenken und auch auf Windows 10 ist natürlich die Möglichkeit, diese zu benutzen da. Man muss allerdings jetzt nicht aus bestehenden Texten Emojis rauskopieren oder von Webseiten diese rauskopieren. Nein, mit Windows Punkt kann man einfach eine Emoji-Tastatur einblenden, siehe hier, und mittels Klick an der jeweiligen Stelle, wo gerade der Textcursor ist, das gewünschte Emoji einfach einfügen. Ein ganz tolles Feature, insbesondere für Menschen, die sehr viel mit Dokumenten arbeiten, ist die Windows Timeline. Diese lässt sich über Windows-Taste Tab öffnen und stellt einen zeitlichen Verlauf von den Dokumenten, die wir geöffnet haben, dar. Dieser lässt sich mit dem Mausrad hoch- und runterscrollen und dann einfach mit dem Klick auf dem jeweiligen Dokument dieses öffnen. Ein richtig tolles Feature ist mit dem Windows Update 1809 dazu gekommen. Die Zwischenablage von Microsoft Windows wurde erweitert. Und zwar kann man jetzt, wenn man einmal die Windows-Taste V drückt, einen Verlauf in der Zwischenablage aktivieren. Wir tun das jetzt hier einfach mal. Und ab da können wir, wenn wir die Zwischenablage verwenden, zum Beispiel mit STRG-C, habe ich jetzt hier den Lorem-Ipsum-Text kopiert. Mit Windows-V rufe ich die Zwischenablage vor. Jetzt sehe ich hier, in der Zwischenablage ist dieser Text. Kann diesen jetzt jederzeit, natürlich klar, er ist ja jetzt aktuell in der Zwischenablage in der Auswahl, Mittel-STRG-V wieder reinfügen. Kann allerdings auch ohne Probleme jetzt weitere Elemente. Ich kopiere jetzt nur ein Teil raus, STRG-C, rufe die Zwischenablage wieder auf, STRG-V und sehe jetzt ein weiteres Element in der Zwischenablage. Für die Einfügen-Funktion wird allerdings immer nur das neueste Element verwendet. Also ihr müsst keine Sorge haben, dass wenn ihr diese Funktion aktiviert, dass ihr euch regelmäßig irgendwas irgendwo einfügt, nur weil ihr gerade nicht auf dem Schirm habt, welches Element ausgewählt ist. Aber auf die Art habt ihr halt auch schön den Verlauf, wenn ihr auf der Sehne die Zwischenablage leert und was rausgeschmissen habt, was ihr eigentlich nicht rausschmeißen wolltet. Professionelle Fotografen und Menschen, die viel mit Video-Schnitt arbeiten, haben alle ihre Monitore farbtechnisch kalibriert. Windows 10 bietet diese Möglichkeit auch schon an. Jetzt natürlich nicht in dem gleichen Umfang wie im Profi-Bereich. Also man darf das jetzt nicht vergleichen mit so einem externen Justiergerät, Kalibrierungsgerät. Allerdings für den normalen Heim- und Hobbybereich reicht dieses. Um die Farbkalibrierung zu starten, drückt Windows-Taste R, gebt als Befehl DCCW ein und bestätigt ihn mit der Eingabetaste. Ab hier seid ihr in dem Farbkalibrierungsmodus. Der Dark-Mode ist glaube ich allen jetzt inzwischen schon bekannt und macht den Desktop immer schön dunkel. Microsoft Windows hat für das Startmenü schon seit Anbeginn den Dark-Mode mit dabei. Wer das Farbschema allerdings jetzt nicht so gefällt, der kann in die Farbeinstellungen gehen und hat jetzt hier die Möglichkeit als Farbe hell auszuwählen. Das ist mit dem Update 1903 dazugekommen und macht das Ganze so ein bisschen mehr Mac-Style, wenn man das so ein bisschen heller mag. Wenn man hier mal kurz reinschaut, hier hat man auch die Möglichkeit die Akzentfarben einzustellen. Eine Funktion, die es auf Mobilgeräten schon länger gibt, ist der Nachtmodus. Beim Nachtmodus wird blaues Licht, welches vom Bildschirm abgegeben wird, heruntergefiltert, damit das menschliche Gehirn, welches durch blaues Licht aufgewühlt wird, es leichter hat, nach der Benutzung des Displays runterzufahren, um zum Beispiel einen Schlaf zu finden. Unter Windows 10 findet man das ebenfalls, wenn man als Suchbegriff Nachtmodus eingibt und diesen aktiviert oder plant. Wenn man den plant, kann man eine Startzeit und eine Endzeit angeben, der automatisch das blaue Licht aus dem Monitor herausgefiltert wird, wodurch das Bild deutlich wärmer wirkt. Muss man mögen, dann ist es allerdings eine feine Sache. Wenn man früher den Windows Explorer aufgemacht hat, unter Windows 7, Windows 8, Windows XP, Windows Vista, wie sie alle hießen, war der erste Ort, an dem angezeigt wurde, dieser PC, der Arbeitsplatz. Mit Windows 10 hat sich das geändert und er wurde auf den Schnellzugriff abgeändert, wo man Elemente, die man häufig benötigt, findet. Wer das nicht mag, kann dies ändern, indem er auf Ansicht, Option, Ordner und Suchoptionen ändern klickt und dann oben bei Datei Explorer öffnen für dieser PC abändert, übernehmen. Okay, und wenn wir ab jetzt den Explorer aufmachen, zack, sind wir wie früher auf dem Arbeitsplatz. Um zu verhindern, dass ungewünschte Programme automatisch mit dem Systemstart von Windows mitgestartet werden, drückt STRG-SHIFT-ESCAPE, um den Taskmanager zu öffnen. Wechselt zum Reiter Autostart. Wählt die Anwendung, von der ihr nicht mehr wünscht, dass sie beim Start des Systems mitgestartet wird. Der AB Games Launcher muss nicht mitstarten. Klickt rechts drauf und klickt auf Deaktivieren. Die Software ist nicht deinstalliert, sie wird einfach nur nicht mehr beim nächsten Windows-Start mitgestartet. Das letzte Feature, was ich euch zeigen möchte, was man unbedingt kennen sollte, ist das Windows-Fenster-Snappen. Und zwar kann man, wenn man ein Fenster wie zum Beispiel hier den Firefox-Browser nimmt und ihn an den linken Rand zieht, zur Mitte ungefähr, den auf die halbe Größe des Bildschirms machen und dann zum Beispiel ein zweites Fenster anklicken, wie hier zum Beispiel den Edge-Browser mit öffnetem Bing, auf die andere Hälfte groß machen. Dies funktioniert auch, wenn man ein Fenster nimmt und dann die obere Kante zieht und dort loslässt. Und daraufhin wird das Fenster in den Vollbild gebracht. Ganze funktioniert zusätzlich auch noch mit Hotkeys. Mit der Windows-Taste oben wird es in Vollscreen. Windows-Taste runter wieder in die ursprüngliche Position. Windows-Taste rechts rechte Hälfte. Windows-Taste links linke Hälfte. Finde ich, ist eines der geilsten Features, was Windows 10 von sich aus mitbringt, was man kennen sollte. Ja, damit sind wir auch am Ende von meinem Tutorial. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen, ein paar neue Features zeigen. Wenn es euch gefallen hat, klar, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Fehlen euch Features? Habe ich was vergessen? Was ist denn euer geilstes Feature, wo ihr sagt, das muss man kennen? In dem Sinne, ich bin raus, euer Jan.